Ich brauche Cap auf Dark Ravens, sonst ist gleich vorbei mit den Links. Time ist durch. Time ist durch. Time ist durch. Time ist durch. Ja, Time ist durch. Jump, 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 jump. Fuck meine Prothese. Er hat noch einen Rest, oder was? Nein, ich stehe 200 Kilometer vom Gate weg. Ich bin im Warp. Alligned Station, Top Station, Top Station, go go. Casted. Der Timer, also der Timer, der war perfekt. Komm, 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 komm. Alligned Top Station. Sobald die Damnation ausgerichtet ist, mache ich einen Fleet Warp. Deck hier. Die ist weg. So, wer ist da gerade vorgewarpt? Dann ist das. Dann ist das. Drone's out, go go. DPS Primary ist hier weg, so. Wir orbiten die Megatron-Jungs, ne? Habt ihr Raps auf April? Ja, ja, wir haben dich. Wir müssen die ein bisschen bei Laune halten. Wir lassen die bei Laune. Ja, ja, nein, es ging mir nur darum, dass mein Arme weiter ohne geht. Nächste Vexor gebrodcastet. Ich habe immer noch Scram auf Mega. Ich habe Web drauf und ein paar Ehen drauf noch. Ja, ich auch. Okay, ich approach ihn wieder. Sehr schön. Der kommt nicht weg. Der hat weiter gerestet. Mich ergerestet. Cap-Chain? Ich habe dir Cap-Chain gegeben. Achso, du brauchst zwei. Ice Prime ist gebrodcastet. Thorax? Schon wieder LocalBlog? Nee, oder? Nee, also bei mir ist ja Bildschirm gerade weiß geworden. Wir haben zweites Dino, zweites Dino im System. Ne Station, oder? Weiß ich nicht. Schaut mal auf den Shortscan, Leute. Gisongrid. Zum Gate. Wir machen weiter. Schrag mir Tag. Nee. Okay. Thorax Prime. Alle Nolz. Nolz auf die Arschon, Jungs. Nolz auf die Arschon. Prime ist die Thorax immer noch, ne? Archeon in 3H. Copy. Thorax Prime over Heat. Wechsel und neues Prime. Krieg ich keine Damage? Ich weiß nicht. Außer Apple-Renten. Wir aggressen. Wechsel auf die Arschon. Wechsel auf die Arschon. Und zieh mal Kalid vom Gate weg, bitte. Okay, die ist im 3H. Nevermind. Stimmt. Wir aggressen immer noch. Die Megatronik. Ja, passt, 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 passt. Wechsel auf Prime. Ibis ist Prime, das ist Zyno. Zyno. Und danach die Mala, sorry. Wir orbiten die Arschon jetzt, ne? Go go, Jungs. Die Mala ist Prime. Wie sieht's bei den Guardians aus? Gut, oder? Super. Schauber. Ausgezeichnet. Ich hab kaum was zu tun. Overheated man ein bisschen. Wir switchen auf die Thorax. Wir switchen auf die Thorax. Gilly. Switchen auf die... What? Do you need help? I would prefer not to, but there is an Archon on grid, so... I don't know. What system? Just let me know, like, no help, please, but let me know, um, if they do something. I'm taking. You can come, yeah, you can come. Amamaki. Oh, you want me to come? Oh, you're in Amamaki, shit. Overheated? New Thorax Prime, New Thorax Prime. Okay. Uh, Kali, kannst du Punkte auf der Archon spammen noch zusätzlich? Ja. Danke. Wir sind noch in Trach. Ja, aber der wird bald rauskommen. Ich will nicht, dass er rausstürmt. Bei Fatigue. Hm, ich weiß nicht. Welches Thorax? Oh, Thorax. Overheated? Overheated, 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 guys. Come on. There we go. Uh, New Prime is the Megatron nation. We're gonna try this one. Versuchen mal die Mega. Mal gucken, was er tank hat. Oh, die hat er. Okay. New Prime Maler. New Prime Maler. Äh, Jungs, in der Fleet für die Guardians. Äh, Savara. Da ist ein Typ namens General William Hage. Okay. Ähm, dem Schieb zu Cap. Das ist ne Gerdon. Die wird gleich auf ne Grid aufschlagen. Okay. Okay. Hey, Gail. What? Would you be able to jump the, uh, or bump the Archon off? He's already, like, 20k off the gate or something? He's, like, well tackled in Triage. Um, he's gonna die, it's fine. Oh, you're getting him? Yeah, yeah. Uh, just DT doesn't, like, if DT shows up, we're fucked, I think. Okay. Um, Archon Prime. Archon Prime. User left your channel. Moment, Agoraprime. Agoraprime. Hey, Gail, we can drop Blobs on it. We're in range. Hmm. I would really prefer not to be... Are there people coming? Are there people coming? We're going to do it. We're going to do it. Let's see. Okay, we switch back to the, um, to the Archon. Ah, so. It's going down. Predator Elite. Where do we go? Is the type of Grid, John? Yep, he is. Okay, cool. We've got Bitcoin, so. So, we've got this thing. We've got all these things added. Ah, shit, that Overview. Where's my... Where's Prime? I don't know. Where is Prime? Archon is... Prime... ... äh... ... Nevermind, Mala's secondary, die wird gleich platt. Say the word, Gale. We're fine, we're fine, but it's just if DT shows up, we're fucked, that's the only thing. I don't want DT to fucking show up. Scram auf die Archon. Copy. Web auf die Archon. Punkte auf die Archon. Point der Archon, point der Archon. Geht die Megatron zum Gate, oder? Nee, ne? Megatron bewegt sich gar nicht, die hat einen Scram. Ich halte einen Scram auf der Megatron. Ich hab nur ein Web drauf, ne? Megatron bewegt sich momentan nicht. Was ist die Phase Damage für die Archon? Megatron Prime. Let's kill the Megatron. Megatron Prime. Come on. Archon is not in triage, so... Logistik hat kaum was zu tun. Ja, ja, ja. Die schießen auch gerade auf die anderen, hier Predator und so. Ich hab nur keine Ahnung, ob das ne gute Sache ist, oder nicht gute Sache ist. Eretron, komm over to the Archon and put your Nudes on him. We like 18k off. I think, 20k off. We need Nudes on the Archon. Archon, immer noch out of triage. Ah, ja, ja, ja. Archon in triage, Archon in triage. Okay. I'm gonna warp the Lynx shortly to us, cause we're tanking. Ah, die. Archon Prime again. Did you kill it yet? No, we are fighting. Hello, mate. Do you have a ship scanner? No. Ah, shit. Sino? No. No, the Sino popped. The Eos popped the Sino. Oh, okay. Fuck. Let's see. We're still shooting the Megatron? No, we're shooting the Archon. We're shooting the Archon. For League of the Archon. Mega's about to go. Mmm. Yeah, actually, fucking shoot the Megatron then. Shoot the Megatron then. No, it's landing. But there's nothing coming through the... Yeah, that's fucking... Hilarious. Yeah. Crazy. Loki? Overheat on the Megatron. Go, go. We need to kill him. Kitsuno on the field, Kitsuno on the field. Okay. Am I getting on? Do you have sentries? Can you, like, pop the Kitsuno maybe? Cool. If you broadcast it. Broadcast? Broadcast it, yeah. That's fucking Israd. It's PR. Umm... EOS Prime, EOS Prime. Fucking Sino dead. If possible. It's a short-down-down. Do they go right now? Yes. Active, back on. Otrus on the field? Yeah, yeah, yeah. Dark-raven-X needs armed and Prill-Joke needs armed. Prill-Joke I liked the entire time. EOS is still Prime. Do you have an idea, what's the Cap-level on the Archon? Er sollte dry sein, oder so. Ich bin kein Tabs, ich bin einfach... Ich hab ihn auf. Okay, keep on die Eos, keep on die Eos. Was ist der fucking Cynodon? Okay, as soon as he hits Structure overheat a bit. Hm. Switch to the Archon. In fact, shoot the Vexor, shoot the Vexor. Gonna clear some T1 cruisers. Vexor Prime, go go. Can I kill the noob ships, please? Archon on field. Another Archon. Second Archon, yeah. Okay. Another Sino, another Sino. Second Sino. Align, 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 align. Phoenix on field. Align to the Broadcast. Align to the Broadcast. Guardian, full speed. Zabara jammed. Zabara jammed. Align to the top station. Align to the top station, basically. I'm going to get out of my Prothese. I'm going to swap out my Prothese. I'm going to swap out my Prothese. It's a bit too much. I'm going to swap out my Prothese. Keep shooting the Archon. I'm getting, if you get locked by the Phoenix, like, pre-broadcast. Don't get, uh, that's two Phoenixes, I think. Remote ECM on, uh, Zabara, please. Come, 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 come. I think they're shooting the Archon. Are they? Yes. Yeah, shooting the Archon, yeah. Yep, 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 yep. Shoot the EOS then. Shoot the EOS. Shoot the EOS. EOS is dropping. Okay. Get back on the Archon, guys. Get back on the Archon. Have they get-ons or something? No, no. Okay, cool. Negative. Um, if you get primed, don't MWD. Archon Prime. Um. Okay, get back to the Dahl Gate. Dahl is not highsec, I hope. No. No, Dahl Gate is lowsec. Okay, get back on the Dahl Gate then. For now. Okay. Orbit of 1000? Orbit 1k, yeah. Some cap on Darkraven. In fact, I'm going to swap him off to station. Yep, swap him out. No. We are not- I'm scrammed and webbed. No, 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 no. We're not, we're not leaving. We're not leaving. I'm scrammed. Get back to gate. Archon is still prime. Savara, can you the Darkraven X cap? Darkraven X is more. Is tank fine? Yeah, I hope so. Should be. Yep, tank is fine. Tank is fine. Look at the Dahl- of the Dahl- Guardians only. Guardians only. Guardians only. After this we're going to switch to the EOS with drones only. Drones only. Matthias, deine Damnation auch raus zur Station. Die Dinger sind blub-anfällig, deswegen gehen wir raus. Ich bin bein-pointet. Okay, just go to the gate, go to the gate. And, ähm, oh, rappt die Gadden, rappt die Gadden. If you can, I'm JD out, I'm not sure, but... Äh, ich broadcast? Ähm, broadcast Farmer. Overheat raps, I don't know if you can, I'm JD out, but... I'll try an arms ground. Oh, shit. It's okay. Okay, guys, orbit to the gate. Who's there? Orbit to the gate. Können wir Yoga Dash rausnehmen? Der scramt mich. Get back to the gate, guys. Get back to the gate. Ah, I'm sorry for that, mate. Don't worry about it. Okay. Get back to the gate, drones in. Need to see what they have first. The Archon died, right? Yep. But they have another one on grid now. Matze, wir brauchen die Links ASAP. Ja, ja. Okay, Links laufen. Uh, fucking Omen is primary. Okay, now it's time to poke Tark. Is that obviously fucking lefty? Yep. Fucking retard. Um, burning. I'll write you. Okay. I poked him. What? Tark, uh, two Dreadnaughts, one Carrier. We're about to kill a Nidhogger on a PAS. Uh, we... I'm not sure if we can hold them tackle, but... We can try. We can try. How long do you need? Yeah, ETA, please. As soon as we drop this Carrier, apparently, we're gonna be able to get it. Where in Amamaki art? Uh, Vexer Prime on the Dialgate. Vexer Prime. Dialgate. Yep. Overheat your guns, guys. Vexer Prime, Vexer Prime, Vexer Prime. Vexer Prime, Vexer Prime, Vexer Prime, Vexer Prime, Vexer Prime, Vexer Prime. Can you link me names? Uh, Jack or Gale, the carrier in the Dreads? It's, uh, Amarion. Yep, I do. Amarion Commandos. Amarion Commandos? That's the name of the Alliance? Need armor, yeah. I... Take a look in the... It's a Phoenix pilot. Take a look in the private jet. Want to put armor, guys? I'm gonna be inviting the guy. Armor kommt, armor kommt. Keep on the Vexer Prime. Keep on the Vexer. Drei Phoenixe haben die hier, lol. Drei? Ja, ich sehe drei Phoenixe auf dem Feld. Mit zwei. Ne, ich sehe nur zwei Modelle. Ah. Okay, dann ist es gesprungen, sorry. Ne, dreimal Phoenix. Ne, ne, ne Phobos ist das noch. Phoenix, Phoenix. Phoenix, Phoenix. Phoenix, ich sehe drei Phoenixe. Tatsächlich, die 60 Kilometer weg. Drei Phoenixe. Ist raus. Ja, okay. Ist Tank holding? Aritron, das Armour? Aritron, du f***ing Hardener. Okay, Deergrass, 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 Deergrass. Donson, Deergrass. Halt, der Tank? Ich habe, ich habe, sieht in der Overview ziemlich scheiße aus. Sieht knapp aus. Overheat, overheat, overheat. Deergrass, Deergrass, Deergrass. Jack, we're coming. Drones in. Okay. We will try to tank as much as we can, but, um, see drones out still. Drones f***ing in. Aber Aritron ist nicht. F***, Aritron Broadcast. Drones in. Drones. We don't have chance. One jump out, one jump out. Okay, 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 okay. I'm moving, this team's big going to mine. Ansonsten halten wir. Also, lass weiter machen. Ich hatte keine Raps auf Aritron. Haben wir jetzt ein Target, oder? Äh, ja, warte. Night later. Vexor Prime, Vexor Prime. Bäh. Night later können wir halten. F***. What range are they on the gate? They just jumped through the gate. They just jumped through gate? To where? To Darl. Äh, Darl. Darl. Archon is still on grid. Archon on grid. Ah, Heserteam. Äh, Web's on the Archon. Web's on the Archon. Okay, Archon is in triage. Talk. Äh, Bams on the Archon, guy. Guys. Okay, wir können Night Lina halten. Wir können, wir tanken das. Okay, cool, 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 cool. How far off gate are you? Eeh, Archon is about 7k. I'm gonna try to bump, well, we're good. What gate? Darl gate still. Stop f***ing asking. Kavara jammed. Okay. Wir können halten. Sieht gut aus noch. We have bumpy materials ready, so we're coming. Okay, okay, okay. When we jump in, either help or run. Jungs, Bams, tell them to not f***ing shoot us. Like, it's not that hard. I mean, we give you a carry kill. Gibt's mir immer ein bisschen mehr Cap? Ich brauche hier ein bisschen mehr Cap auf Night Lina. Okay, we're just gonna shoot the Caps, not you guys. Jep, 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 ich brauche Armo. Wir halten dich. Nein. Doch, 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 doch. Jetzt kommt der Rap auf von mir. Wir halten dich, keine Sorge. Ich verspann mich gerade ziemlich über den Tenor. Die fangen an zu rumzubumpen, naja gut. Ja, ab, halt. Uhuhuhuhuhuhuhu. Ich hab schon mal Diergeist, ne? Kulator. Wechseln. Bin gejammt. Da war auch gejammt. Guck, dass die Remote-ECCM's richtig sind. Jungs, Jungs, Jungs. Remote-ECCM's auf den Guardians, ne? Ja, du kriegst... Ja, ich war gejammt und ich hab meinen noch da auf dich. Hast ihn wieder. Einmal so, Karsten, reicht. Omen Prime. Der Klen steht wieder. Omen Prime. Spam-Points on the Archon. Knight-Lena gejammt. Da kommen sie. Verdammt, ich hoffe, die machen keinen Scheiße. Ich würd sagen, hurt euch auf die Archon drauf und wir Diergressen und jumpen raus. Shoot the Archon once and Diergress and get back to gate. Drone-Zinn, everyone drones-Zinn, everyone drones-Zinn, everyone drones-Zinn. Shoot the Phoenix, yes or no? The Phoenix, all the Caps, all the Caps, all the Caps. All the Caps. All the Caps on field. All the Caps, we have no Caps on field. All the Caps on field. Ehm, are they gonna shoot us? Yes, no, maybe. We're just shooting the Caps. We're shooting just the Caps. Archon. What's with the Archon? The Phoenix is on field floor. The second Archon is swapping in. Ich hab Map of the Phoenix Ich hab Map of the Phoenix Bumpt the Phoenix Ich brauch... Na die ist jetzt wieder im Siege Die Guardians haben gerade nichts zu tun Das hoffe ich mal Bumpt the Phoenix, guys Ähm, Archon ist still trying Wir haben Macarial Bumps on it, so... Is that the first Archon yours? The second Archon? Yes, the second Archon is ours Okay Newts on the Phoenix Do not aggress us We don't aggress you We're only shooting Caps Newts on the Phoenix, guys And DPS on the Archon Whew Uh, Tark, who is UFC? So I can Convoy Uh, Tark, who is UFC? The one that's in the channel with Jack Okay Invite, please Uh, I invite you, wait a minute Yeah, I'll invite you Secondary is the Phoenix Canarpius, I guess To see So this is the third fail drop from Did He say jump on us? Ha ha Kannst du den Phönix geben, bitte? Dead. Dead, dead, dead. Oh, merci. Oh, shit. Anyone of us getting damaged? Uh, I don't think so. Looking good. General William... Yep. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh god, mate, you should have said that you're coming back. Don't worry. I'm just messing around. I just said that you were friendly, but I don't think that's gonna be soon enough. No. Too far away. Phoenix Prime, Phoenix Prime, oh well. Anything else, Prime? After that? Uh, no, I don't think so. Nothing, nothing. Oh, there's another phoenix. No, no, it's not. Sorry. You see phoenixes everywhere. That's a fucking Stargate. Yeah. That's a Drake. Okay. Okay. Mother of god. That was hard. That was hard. Cool. Um, friends get back to the gate. Back to gate, back to gate, back to gate. Your growth? Uh, no, we'll keep on the, keep on the phoenix. I didn't know something a secret. I don't know, we'll have to get back to gate. Being the rep or a rep he's именно up? I don't know. Yeah, I don't know. It's all over theотивial player, but not very long. wenn die Amagate uns in die Nähe genuckelt haben. Ja, sieht so aus, als wäre es langsam soweit. Ja. Ich finde nichts ist verdammt tanky. Ich gehe mal kurz in den Wracks mal. Wenn ihr an einem Wrack vorbeifliegt, lootet. Wenn ihr eine Gecko sieht, lootet. Ich finde es geil wie in der Station hier. Geht nicht vom Gate weg. Nicht vom Gate weg. Ja, ich bin gerade vom Gate weg, aber ich sollte der Einzige sein, der vom Gate gerade wegbirnt. Ich bin gewebbt. Okay. Von Protector X, der Terrorists. Und gepointet. Ich bin gerade vom Gate. Ja, ich brauche dir mehr Wasser aus. Hallo. Das ist auf der Shore antibiotics. Bei euch wird auf emptorgung von Boden, bleibt alles inspectoren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020